Das Tiroler Graufi, das ist das Ohrviech von Tirol. Man kann das gut steigen können im Gebirge, die sind nicht so schwer wie die anderen. Die sind viel ringwürdiger und elastischer und alles. Das ist wie ein schönes Mädchen, sind die Grauen. Das Graufi ist regional, man kann das Fleisch verfolgen vom Aufwachsen bis in die Fleischdecke. Es ist ein fein marmoriertes Fleisch, ein gutes Rindfleisch und das gefällt den Leuten auch. Alles gut. Es ist das Tal ein Genuss, es ist der Ausblick ein Genuss und natürlich das, was auf den Teller kommt, soll der Höchstgenuss sein.